Hallo Albert, du bist jetzt bei den Linux-Wochen. Hast du schon eigene Projekte vorgestellt? Nein, ich bin momentan nur mit der Organisation hier beschäftigt. Hast du schon interessante Vorträge gesehen? Nein, ich bin nicht dazu gekommen, mir einen einzigen Vortrag anzuschauen, weil ich die meiste Zeit hier gesessen bin. Okay. Programmierst du in deiner Freizeit? Ja, wenn ich noch Zeit habe, das Problem ist, dass ich das auch beruflich tue und dann ist es halt irgendwann anstrengend. Weil so ab 10-12 Stunden am Tag vor dem Computer ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo man nicht mehr kann. Okay, danke für das Interview. Bitte.